News und Talks für Bildete. Ein Video ist erschienen von der Fridays for Future Abendveranstaltung in Köln, wo ich auch Interviews gemacht habe. Da sagt die junge Frau richtig, nicht der Kapitalist ist das Problem, sondern das System ist das Problem. Das geht an sich schon in die richtige Richtung zu erkennen, aber an sich müssten dann die Strategie aufhören zu versuchen Unternehmen unter Druck zu setzen, denn die können solange das kapitalistische System so wie es ist, eigentlich nur dann etwas ändern, wenn sie gleichzeitig auch ihr Unternehmen ruinieren. Das sind die Systemzwänge und dann spricht die junge Frau auch davon, dass sie wütend sei. Das bedeutet, sie hat es doch wieder nicht begriffen, denn wütend ist man gegenüber einem anderen Lebewesen, also einem Kapitalisten dann doch wieder und wenn sie es voll verstanden hätte, dann wäre sie nicht mehr wütend, sondern wüsste, dass die Unternehmen in Systemzwängen stecken und dass das System korrigiert werden muss. Wie werde ich und warum werde ich gleich aufzeigen? Es wurde übrigens auch noch in Vorträge gehalten über das Thema Gemeinwohlökonomie und ja, also die Gemeinwohlökonomie richtig können halt leider nur die zweiten scientists for future 2, weil, warum? Weil nur sie uns Bürger ermächtigen wollen sozusagen, nur sie wollen, nur diese Professoren wollen uns die Gemeinwohlfühlnotenwahlstimme geben. Also das heißt, es gibt keine Gemeinwohlökonomie, ohne dass ich dem Bürger das Recht gebe mit seiner Gemeinwohl, Wohl, also Wohlfühlnotenwahlstimme auch sozusagen dem Staat zu sagen, ob die Firmen ihm eher schaden, unser Leben eher zerstören oder ob die Firmen unser Leben eher fördern und dann alle Gewinne, alle Gewinnzuschläge abhängig zu machen von meiner Wohlfühlnote. Das heißt also, dass meine Krankenversicherung nur dann an die Firmen einen Gewinnzuschlag ausschüttet, wenn meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitskostendaten verbessert wurden, ich also seltener krank geworden bin und dadurch verdient dann ein Unternehmen nur noch dann an mir, wenn es mir geholfen hat, ein glücklicheres und gesünderes Leben zu führen sozusagen. Und wenn es mir daran schadet, kriegt es diesen Gewinnzuschlag nicht und dann greifen die Marktkräfte sozusagen und das Unternehmen, das also mir schadet und kriegt von mir schlechtere Wohlfühlnoten und meine Gesundheitsdaten werden schlechter und die statistische Beziehung wird hergestellt vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden und dann stirbt dieses Unternehmen aus und geht pleite. Während das Unternehmen, das meine Wohlfühlnote verbessert und meine Gesundheitsdaten verbessert, also dazu führt, dass ich seltener operiert werden muss zum Beispiel, dann dieses Unternehmen wird sich, wird viele, da wird dieser Unternehmer mehrere Kinder ernähren können, hier zwei, und wird sich ausbreiten und zu einer Dynastie werden, die Menschen gesünder macht und glücklicher macht und daran mithilft und also zu meinem besten Freund kann man sagen. Und solche solche Unternehmer habe ich gerne, während die kapitalistischen Unternehmer im kapitalistischen System, die hat man natürlich nicht gerne, weil die uns allen schaden. Und so, aber das werde ich alles gleich noch erklären. Das ist übrigens das Bild, nochmal den Namen davon, das ist das Bild, das wir benutzen können für die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik der zweiten Scientist for Future 2. Und die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik ist also das eine Alleinstellungsmerkmal der zweiten Scientist for Future 2. Und diese ist wiederum Teil der korrigierten und kompletierten mimetisch-genetischen Evolutionsbiologie der zweiten Scientist for Future 2. Das heißt, also das ist ihr zweites völliges Alleinstellungsmerkmal. Und das dritte Alleinstellungsmerkmal ist die neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL, die sich also diametral von der ja, pseudowissenschaftlichen, ja, geisteswissenschaftlichen VWL, klassischen VWL unterscheidet. Ja, ganz kurz, der Grundfehler, also der jungen Frau ist, also, oder warum sie wütend ist, weil sie nicht begriffen hat, dass es tatsächlich so ist, dass also, wenn wir hier die ersten zwei Unternehmer haben, also die ersten zwei Kapitalisten sozusagen. Und hier haben wir den Kapitalisten und die Geschichten, die er so am Lagerfeuer erzählt, sind wahrheitsorientiert und behalten wahre Dinge und sagen, ja, eine Gruppe hat die andere abends besucht und alles war ein happy Ereignis und haben alle Spaß miteinander gehabt. Der verändert das Gehirn seiner Zuhörer nicht in einer irgendwie manipulativen Weise, sodass diese Leute Ängste bekommen und deswegen dann mehr seiner Produkte kaufen. Also wird er relativ zum anderen aussterben, weil er irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig ist gegenüber dem anderen. Dieser andere zweite Händler erzählt, hat in seinem Kopf lauter gewinnbringende Irrtümer und erzählt also so erfunden oder Geschichten. Davon habe ich ja schon so oft gesagt, davon zum Beispiel, dass diese eine Gruppe, der versteht die Sprache nicht und hat bei der sprachlichen Erzählung das falsch interpretiert und interpretiert die Geschichte falsch, nämlich den abendlichen Besuch interpretiert er als abendlichen Überfall, bei dem die gesamte Gruppe getötet wurde und dadurch kriegen die Menschen, die Zuhörer im Kopf Ängste sozusagen und kaufen ihm am nächsten Morgen lauter Steinexte ab, sodass er ein Riesengeschäft damit machen kann, dass er jetzt quasi in den Waffenhandel immer mehr einsteigt und der kann dann zwei Kinder ernähren und später ganz hier entwickeln sich aus den zwei Kindern, nach einigen Generationen explodiert das Ganze regelrecht und es können fünf Kinder ernährt werden, hier können gleich drei Kinder ernährt werden und so weiter und dann entsteht eine Waffenhandelsdynastie, wie wir sie heute haben, daraus evolutionsbiologisch und das heißt also, dass das Zentrum ist, dass auch der Entwickler von gewinnbringenden Irrtümern sich ja keiner schuldbewusst ist, sondern er meint ja, er würde eine realistische Nachricht bringen und würde also die realistische Nachricht bringen, dass der Homo homo in die Lupus, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf sei und und jederzeit die eine Gruppe die andere überfallen könnte und dann wäre es ja, wenn diese Nachricht richtig wäre, wäre es ja realistisch, dass sich alle bewaffnen und Waffen kaufen und auch dann darüber nachdenken, ob sie nicht in einem Präventivkrieg die Nachbargruppen töten sollten, damit die sie nicht mehr überfallen können und das heißt also, das Problem im Kapitalismus ist tatsächlich nicht der einzelne Mensch, nicht der Kapitalist, nicht die Kapitalistin, sondern das System, das System, das aus der Erfindung des Tauschhandels zwangsläufig erst einmal resultiert, wenn es unkorrigiert resultiert und unkorrigiert bleibt, multipliziert diese gewinnbringenden Irrtümer, sodass dann eine ganze Dynastie von Waffenhändlern, die entsteht, die denken, dass der Krieg ein menschliches Naturphänomen sei und dass sie dazu nur die Schutzgeräte dazu liefern würden, also auch jeder Waffenhändler hat ein Selbstbild, ein Selbsttäuschungsbild und ein Selbstbetrug, der auf diesen gewinnbringenden Irrtümern beruht und ist sich keiner schuldbewusst und deswegen hat es auch keinen Sinn, auf so jemanden wütend zu sein, sondern das ist also wieder eine kranke Erscheinung. So, dann schauen wir uns doch mal an, das war das und jetzt geht es weiter mit KenFM. Ja, KenFM hat sich also jetzt noch deutlicher als früher schon disqualifiziert, also meine persönliche Meinung ist, wer KenFM hört, der beschäftigt sich mit Irrwegen und Irrtümern und wird in die Irre geführt, denn KenFM, natürlich jeder Journalist lädt natürlich immer nur Menschen ein, die auf seinem gleichen Irrtumslevel sind und KenFM unterschätzt den Kapitalismus beziehungsweise die soziale Marktwirtschaft total. Das zeigt er in einem Gespräch mit einem Obstbauern, wo er voll auf diesen Selbstbetrug dieses Bauern reinfällt und sich die Geschichten erzählen lässt, oh ja, wir Bauern wollen ja auch nicht, dass unsere Kinder tot umfallen und so weiter und wir mit dem Spritzen, wir ringen der Natur ja nur sozusagen, ja, also hier haben wir diesen Obstbauern, ja, das ist also, das ist jetzt der, in der sozialen Marktwirtschaft, der wahrheitsorientierte Obstbauer, der sagt, nein, also mit all diesem Massenanbau, mit diesen Monokulturen, Obstmonokulturen und so weiter, da haben wir regelrecht uns die Fressfeinde gezüchtet und all die Milben und all die Sachen, die unser Obst angreifen, die haben wir selbst dadurch gezüchtet, dass wir ja eben versuchen, Quantität auf jeden Preis zu erzeugen, also müssen wir auf sowas wie Permakultur wechseln oder echt ökologische Situationen schaffen und vielleicht ist Permakultur dann so, also Mischkulturen, in denen dann eben die Insekten, die die Früchte fressen, keine Überhand gewinnen, sodass man dann schön ernten kann und so weiter, wenn auch nicht in solchen Massen, aber wenn ich jetzt Massen produzieren würde, müsste ich Chemikalien einsetzen und dann würde ich ja meine Kunden vergiften, ja und das will ich nicht und so jemand geht natürlich in der sozialen Marktwirtschaft pleite, weil er eben nicht so viel blendende Masse erzeugt, ja und während hier dieser Händler, das ist der Obstbauer bei KenFM, auf den ja der KenFM völlig reinfällt und dessen Selbstbetrug er quasi mitgeht, ja und diese Irrtumsmeme, die dieser Händler in seinem Kopf trägt, die waren ungefähr so, ja, na es war ja nicht so, dass die Menschen früher, die Affenartigen und so weiter, alle gut ernährt waren durch Massen an Früchten, die auch keinen Insektenschutz machen mussten und wenn dann mal eine Frucht von Wurm zerfressen war, dann haben sie halt die andere Frucht genommen, also die ganzen Affenartigen leben von Fruchtbäumen, die voll sind mit herrlichen Früchten, von denen einige vielleicht mal von Insekten befallen und geschädigt sind und manchmal vielleicht, wenn sie sogar die Insekten mit essen, vielleicht liefert ihnen das wertvolle Vitamin B und so weiter, aber nein, der Händler ist eben der Irrtumsmeme-Träger, der trägt die gewinnbringenden Irrtümer, die also sagen, nein, also ich will ja jetzt große Mengen verkaufen, damit ich großen Gewinn mache, denn schließlich muss ich das in der sozialen Marktwirtschaft, damit ich meinen Wettbewerber hier zum Aussterben bringen kann sozusagen, rauskonkurrieren kann in der sozialen Marktwirtschaft und dafür muss ich große Mengen herstellen und dann nehme ich Chemikalien, die giftig sind und vergifte die Kunden, aber da die da ja nicht direkt tot umfallen, nachdem sie eine Frucht gegessen haben, weil es sich um schleichende Gifte handelt, die erst nach Jahren richtig krank machen und so weiter und da sie sowieso das dann nicht mehr zuordnen können, ob sie deswegen krank sind, weil sie meine Früchte gegessen haben oder ob sie deswegen krank sind, weil sie ganz andere Dinge gegessen haben, weil das der Kunde ja sowieso nicht mehr richtig attribuieren kann, also zuschreiben kann, wo ist die Vergiftungsquelle sozusagen. Dadurch ist es irrelevant in der sozialen Marktwirtschaft und wenn ich jetzt sozusagen mir selbst einrede, diese Gifte seien harmlos und das sei alles verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll, dann kann ich viele Früchte verkaufen. Meine Kunden werden zwar vergiftet, aber leben immerhin noch lange genug, um immer wieder meine Früchte zu kaufen und setzen vor allem viel genug Kinder in die Welt, damit dann noch mehr meiner Früchte gekauft werden. Also für mich ist das Krankwerden der Kunden kein Problem ökonomisch sozusagen und damit kann ich dann mit dem vielen Erfolg, den ich erziele im Tauschsystem, kann ich dann den wahrheitsorientierten, konkurrierenden Händler mit seinen Permakulturen auskonkurrieren und ihn zum Pleite, seine Dynastie sozusagen verhindern und ihn zum Aussterben bringen sozusagen. Das ist soziale Marktwirtschaft und da KNFM, also diese mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik der neuen echt naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre nicht versteht und nicht kennt, ist alles, was er so in seinen Sendungen vermittelt, letztendlich alles Irreführung. Ja, also wir müssen uns noch einmal klar sein, also dieser lebt hier in völligen Irrtumswelten, gewinnbringenden Irrtumswelten, weil er ja nicht erkennt, dass in der Natur natürlich zwischen Früchten und den Affenähnlichen und wir sind ja auch nichts anderes als Affenähnliche sozusagen eine, ja regelrecht eine Partnerschaft herrscht, wie sie zwischen der Biene und der Nektar zur Verfügung stellenden, also Flugbenzin zur Verfügung stellenden Biene besteht. Also für uns ist die Frucht unser Antriebsbenzin sozusagen und wenn wir dann wohlgenährt von den Früchten eines Fruchtbaumes mit viel Kraft und Energie in weiterziehen und in weit entfernte Gegenden gehen und dort dann die Samen der Früchte ausscheiden und dort neue Bäume pflanzen, dann dienen wir dem Baum und seiner Fortpflanzung und sind sozusagen Fortpflanzungshelfer des Baumes und dafür hat der Baum uns bezahlt mit unserem Antriebsbenzin, nämlich dem Fruchtzucker und all dem der gesunden reifen Frucht, die uns herrlich schmeckt und sie schmeckt uns ja nur deswegen herrlich, weil unsere Genetik eben sozusagen eine Passung herstellt mit der Zeit, dass uns das besonders gut schmeckt, nämlich diese herrliche süße reife Frucht, die uns auch ganz viel Antriebsenergie liefert und dabei noch viele Vitamine und viele Mikronährstoffe, die uns gut ernähren sozusagen. Ja und das, dieser Obstbauer, der hat sich hineingeträumt in eine Irrtumswelt von, nein, wir müssen die Früchte der Natur abbringen, ja, als ob unsere aller Vorfahren, aller affenähnlichen Vorfahren, alle am Verhungern gewesen wären, weil ja die Insekten, die bösen Insekten ja so viele Früchte zerstören und so weiter. Ja, also das ist ein reines Märchen. Wir sind alle nur da, weil unsere Vorgängergenerationen fürstlich gelebt haben von den Früchten in den Bäumen. und so weiter, als wir, als unsere Urgroßeltern noch auf den Bäumen gelebt haben. Ja, gut, also man kann sagen, der Bauer glaubt seine Selbsttäuschung und Kenneth Enkel glaubt dem Bauer seinen Selbstbetrug und seine Selbsttäuschung und damit ist alles, was er so zu berichten hat, wertlos und uninteressant, gehört in dem Bereich Unwahrheit. So, dann schauen wir uns nochmal an, also hier sozusagen die Lösung. Die Lösung ist ja, wie gesagt, wir machen, sozusagen beenden den Kapitalismus in Richtung einer echten Gemeinwohlökonomie, die eben Christian Felber leider nicht kann, weil ihm auch dafür das wissenschaftliche Hintergrund fehlt. Aber das Wort Gemeinwohlökonomie ist gut, die Professoren der zweiten Scientist for Future 2 haben schon Ende der 80er Jahre in Kategorien der Gemeinwohlökonomie gedacht, ohne das gleiche Wort zu verwenden. Sie hatten dafür nur andere Namen zu dieser Zeit, sozusagen. Aber eben, man sieht ja, dass das Konzept der zweiten Scientist for Future 2 mit der Wohlfühlnote ja eigentlich direkt in das Wort Gemeinwohl hineinpasst. Also Gemeinwohlökonomie nur mit Wohlfühlnoten. Wahlstimme und Gesundheitsdaten, die zusammen sozusagen jedem quasi Unternehmen insofern Rückmeldung geben. Gewinnzuschlag für die Förderung meines Wohlbefindens und die Verbesserung meiner Gesundheitskostendaten, indem ich seltener krank werde und kein Gewinnzuschlag und damit Aussterben im Wettbewerb. Dann, wenn, ja, stellen wir uns also einen Supermarkt vor, bei dem viele Leute hier Kunde sind und dann die statistische Auswertung ergibt, dass dieser Supermarkt eher die Wohlfühlnoten der Bürger in eine negative Richtung sich entwickeln lässt oder zumindest Anteile daran hat und die Leute häufiger krank macht mit seinen Produkten, die er verkauft. Nämlich mit diesen verseuchten Obstprodukten, dieses Obstbauern von KenFM. Ja, und dann sozusagen, ja, dieser Supermarkt, der also sozusagen, das ist jetzt hier, wir sind ja unter Bedingungen der Wohlfühlnoten Wahlstimme, also im neuen System, wir sind jetzt also im neuen System, dann wird dieser Händler, der kriegt dann von meiner Krankenkasse oder von den Kunden, von der Krankenkasse der Kunden keinen Gewinnzuschlag, sondern dieser Gewinnzuschlag wird auf Null gehen, weil ja die Wohlfühlnoten der Kunden im Durchschnitt und die sozusagen die Gesundheitsdaten schlechter werden und die Wohlfühlnoten schlechter werden. Und also wird dieser Supermarkt keinerlei Gewinnzuschlag von der Krankenkasse kriegen, während der konkurrierende Supermarkt, bei dem typischerweise die Kunden, die dort häufiger einkaufen, typischerweise durchschnittlich verbesserte Wohlfühlnoten und verbesserte Gesundheitsdaten aufweisen, der wird im neuen System, also im postkapitalistischen System sozusagen, letztendlich viele Gewinnzuschläge von den Krankenkassen bekommen. Dadurch kann er dann eben zwei Kinder ernähren, zwei Filialen aufmachen, später dann dieses Kind dann wieder drei Filialen aufmachen und daraus entsteht dann eine neue Handelsdynastie, die uns alle gesünder und glücklicher macht sozusagen und die mein bester Freund ist sozusagen als Kunde. Während dann die vorher im Kapitalismus den größten Erfolg haben, die uns alle vergiftende Supermarktgeschichte ausstirbt, weil sie diesen Gewinnzuschlag von den Krankenversicherungen nicht mehr bekommt und deswegen von dieser Firma auskonkurriert werden kann und zum Aussterben gebracht werden kann. Also quasi man kann sagen, die Wohlfühlnotenwahlstimme zusammen mit den Gesundheitsdaten dreht das gesamte, stellt das ganze kapitalistisch-sozial-marktwirtschaftliche System vom Kopf auf die Füße und dreht alles um und dadurch kommt dann die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik zu dem Ergebnis, dass genau das, was uns schadet, ausstirbt im neuen System und das, was uns nutzt und glücklich macht und uns hilft, gesund und glücklich zu leben, das freitet sich aus und vermehrt sich sozusagen. Und damit ist alles wieder im Lot. Damit ist sozusagen die kapitalistische, sozial-marktwirtschaftliche, unglücksgenerierende Fehlentwicklungsschleife in der Evolution einfach wieder verlassen. Sie war Teil der Evolution und wir können sie aber jetzt endlich verlassen, weil es die zweiten Scientists for Future 2 gibt, die uns diese neuen Erkenntnisse gebracht haben. Und jetzt tut wieder alles dafür, dass es zu Gesprächen spricht mit Mitgliedern der Orga-Teams von Fridays for Future und sorgt dafür, dass die endlich die Professoren der zweiten Scientists for Future 2 zu gemeinsamen Konferenzen und dann Pressekonferenzen einladen, damit dann eben Fridays for Future stolz präsentieren kann. So, wir fordern jetzt nicht nur, wir können jetzt auch ein Lösungsmodell anbieten, mit dem wir uns zwar nicht identifizieren, weil Fridays for Future immer total unabhängig bleibt, dass wir aber zur weltweiten Diskussion allen empfehlen und das muss jetzt in jeder Talkshow kontrovers diskutiert werden. Damit es dann eine Entscheidung gibt, ist der Ansatz der zweiten Scientists for Future 2 für Fridays for Future der entscheidende, alles entscheidende Durchbruch oder eben nicht. Also bitte deswegen, sprecht so viel ihr könnt mit Fridays for Future Orga-Team-Mitgliedern, denn die müsst ihr überzeugen, dass die zweiten Scientists for Future 2 die alles entscheidende Lösung haben. Nicht nur für den Kohlestopp 2026, sondern auch für alles weitere. Ja, auch für die Kapitalismuskritik, die vorgestern ja auf der Demo geäußert wurde, wenn auch nicht fachlich korrekt und nicht durchdacht genug. Sonst hätte es ja diese Wutäußerung nicht gegeben. Alles klar, tut was, macht was, sonst geht eure Welt kaputt und euer Leben bleibt unglücklich, mein Leben auch und das will ich verhindern. Also deswegen tun wir alle was. Tschüssi!